Sie ist die Frau des Jahrhunderts und ich rede hier über ihre Seele. Ich hasse dieses Geräusch. Hallo? Ich hab dich gefunden! Oh Gott, ich freue mich wahnsinnig, dich zu sehen. Du kannst doch reden. Komm schon, sag mir, dass es dir besser geht. Wir haben uns nicht gemeldet, weil wir uns hier verstecken. Doch nicht vor mir. Das sind Marian und Paul. Oh, war ja klar, dass du einen Schützling mitbringst. Ich bin seine Tochter. Ihr solltet eure Gesichter sehen. Du hast ihn gebeten zu bleiben. Warum? Wie viele Jahre ist es her, dass wir sowas gemacht haben? Du bist ganz schön häuslich für einen Rockstar. Hab ich dich durch irgendetwas verärgert? Willst du mal ziehen? Nein, ich rauche nicht. Muss nicht heißen, dass du nicht willst. Wir waren Freunde. Standen uns näher als Brüder. Streiten wir uns? Hör einfach auf zu reden. Die Welt ist nicht bereit für deine Ehrlichkeit. Welchen Zweck erfüllt Paul überhaupt noch in deinem Leben? Du verdienst keine von beiden. Ich verliebe mich in alles, was schön ist. Das willst du doch gar nicht. Ich liebe dich. Du bist obszön. Alle sind obszön. Nur darum geht es doch. Sie ist die Frau des Jahrhunderts. Und was habe ich ihr angetan? Du bist ziemlich häuslich für einen Rockstar. Ich nehme 10% von etwas weg, das du richtig gerne hast. Dann sehen wir mal, wie du das findest. Was hat Paul?